Wenn das keine Abzocke ist, die stehen ja schon wieder. Gerade zwei Wochen her. Ist hier eine Schule oder ein Kindergarten? Ich weiß nicht, was hier ist. Muss ja irgendwie was sein hier. Dass das so wichtig ist. Oder macht ihr das wegen der Frösch? Weil die ja bald wieder ins Moor wandern. Ihr wollt mich doch verarschen, ey. Seit 46 Jahren bin ich alt. Seit 46 Jahren ist hier 100. Wenn das keine Abzocke ist, dann weiß ich ja nicht. Jetzt ist 70. Ist ja wunderbar. So, machen wir die mal arbeitslos. Da vorne schön, langsam vorne. Hier ist doch 70. Das ist hier 70er Schulbereich. Kindergartenbereich, genau. Ihr wollt mich doch verarschen alle. Schöner Tag heute. Ja, ich hab mich nämlich da hingestellt. Ich hab nämlich Moderkontrolllampen an. Musste ich mal hier mich rechts hinstellen. Zum Glück hier so ein Privatgrundstück. Hä, was ist denn da an meinem Auto dran? Jetzt läuft mir der Eimer weg. Was ist denn das? Steht das Schild? Ja, Schild am Auto getan. Steht langsam, was ist denn das denn Scheiß? Das ist ja toll. Das finde ich gut, Radar. Ich weiß jetzt, dass du mal logos gemacht hast. Aber ich verschwinden kann auch nicht erkannt, oder?